Wie kannst du dreimal schneller eine Fremdsprache lernen? Als ich in der Schule Englischunterricht hatte, musste ich immer um meine Versetzung kämpfen. Dasselbe im Französisch. Ich durfte keine Sechs bekommen, weil da blieb man damals mit sitzen. Auch nicht zwei Fünfen. Das würde heißen, ich würde auch sitzen bleiben. Dann habe ich aber mein Abitur später in Englisch mit 15 Punkten gemacht. Eins plus. Ich spreche wirklich gut Englisch und auch Spanisch. Da ich mit großer Leidenschaft Lernsysteme untersuche, habe ich herausgefunden, warum manche Menschen gut Fremdsprachen lernen und andere nicht. Hier bekommst du meine wichtigsten Erkenntnisse, mit denen du eine Fremdsprache dreimal so schnell lernen kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Willst du eine Fremdsprache lernen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Fremdsprachen lernen ist für dich wirklich schwer. Dann wird dieses Video für dich sehr wichtig sein. Denn es ist unmöglich, dass irgendjemand schwieriger eine Fremdsprache gelernt hat als ich. Zumindest anfangs. Später ist es mir sehr leicht gefallen. Ich werde dir sagen, was ich gemacht habe. Aber es kann schon sein, dass du Fremdsprachen schon jetzt schon so mit Leichtigkeit lernst. Flieg dir einfach zu. Dann wirst du heute noch ein paar zusätzliche sehr gute Tipps bekommen, wie du noch mehr Spaß haben kannst beim Sprachenlernen und wie du es schneller lernen kannst. Es gibt Menschen, die können fünf, sieben oder sogar noch mehr Fremdsprachen gut. Sie beherrschen sie. Man hat sie gefragt und untersucht, wie gelingt euch das? Haben die ein besonderes Sprachtalent? Die Forschung ist sich da nicht einig. Einige denken, es könnte versteckt einen genetischen Vorteil geben. Andere sind sich da nicht so sicher. Aber viel wichtiger ist, man hat festgestellt, dass diese Sprachgenies alle, alle, durch die Bank weg, vier Gemeinsamkeiten haben. Die erste ist, sie fangen sofort an. Das heißt, wenn die schon die ersten Sätze zusammenstellen können, fangen die an, in dieser Sprache zu babbeln. Wirklich babbeln, weil sie es ja noch nicht können. Das zweite ist, sie imitieren Laute. Das heißt, sie hören etwas von einer Sprache und versuchen es sofort nachzuahmen. Das dritte ist, sie lernen alle sehr schnell die 500 wichtigsten Worte und mit den 500 fangen die an zu kommunizieren. Die 500 wichtigsten, das ist gar nicht so viel. Und sie lernen die Grammatik. Ehrlich gesagt hilft uns das nicht wirklich weiter, denn was ich dir jetzt sage, wird für noch mehr Verwirrung sorgen. Alle haben den ersten Punkt umgesetzt, sofort angefangen. Aber ob sie Punkt zwei, drei oder vier machen, hat variiert. Also der eine ja, der andere nicht und so weiter. Einer hat dann als nächstes die Grammatik gelernt. Der andere hat als nächstes die Laute imitiert und dann die 500 Worte gelernt. Anderer hat mit den 500 Worten angefangen, dann die Grammatik gelernt und dann Laute imitiert und so weiter. Es gibt also keine Regel. Was aber sehr viel wichtiger ist, Forscher haben festgestellt, dass es tatsächlich vier Regeln gibt, vier Strategien, die alle gemeinsam haben. Und über diese vier lass uns doch miteinander sprechen. Denn sie werden dir helfen, eine Sprache tatsächlich dreimal so schnell zu lernen. Lass uns das aber jetzt nicht Regel nennen, sondern gemeinsame Nenner. Die gemeinsamen Nenner aller Vielsprachler, der sogenannten Polyglotten. Der gemeinsame Nenner Nummer eins. Die Vielsprachler haben Spaß daran, eine Sprache zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man es hasst, eine Sprache zu lernen, so wie ich damals. Aber es gibt einen einfachen Trick. Und den haben die Vielsprachler angewandt oder wenden ihn an. Sie schauen sich ihre Lieblingsserie in der Sprache an, die sie lernen wollen. Du lernst dann spielerisch. Du lernst dann sehr viel schneller, als du dir das überhaupt vorstellen kannst, weil dein Unterbewusstsein jetzt sehr rege mitlernt. Und eine Sprache lernst du maximal zu 10% bewusst und 90% unterbewusst. Der zweite gemeinsame Nenner, sie haben ein bestimmtes System. Und das System besteht darin, dass sie täglich etwas machen mit der Sprache. Wirklich jeden Tag. Nicht viel, aber täglich zur selben Zeit, meistens in einer Blockzeit. Also zum Beispiel hören sie beim Autofahren 15 Minuten aus ihrer Lieblingsserie ein Programm in einer anderen Sprache. Oder sie hören einen Text, den sie bereits aus ihrer Sprache heraus kennen. Jedenfalls machen sie täglich etwas mit System. Statt dich also zum Beispiel zweimal die Woche abzuplagen und Vokabeln zu lernen, machst du 15 Minuten jeden Tag, dass du dir passiv etwas anhörst oder anschaust. Der dritte gemeinsame Nenner, die sind geduldig. Die wollen also die Sprache gar nicht sofort super verstehen oder gar beherrschen. Sie sagen sich, ich möchte zum Beispiel in zwei Monaten eine deutliche Verbesserung haben. Ich will dann zum Beispiel eine Soap zu 80 Prozent verstehen, zumindest meine Lieblingssoap. Unser Unterbewusstsein lernt viel besser, wenn es keinen Zwang hat. Der vierte gemeinsame Nenner, sie fahren in das Land. Das ist natürlich mit Abstand die beste Methode. Aber Achtung, sie fahren alleine, ohne Partner, ohne Familie, ohne Freunde. Und sie zwingen sich vom ersten Tag an, in dieser Sprache zu sprechen. Und sie haben die Disziplin, wirklich nur in der neuen Sprache zu kommunizieren, was am Anfang echt schwierig ist. Aber dadurch lernst du unfassbar schnell. Und wenn sie dazu ein Bild malen müssen, Zeichensprache, mit Fingern, mit Füßen reden müssen, sie bleiben dabei. Die einzige Regel ist nur die neue Sprache, nichts anderes. Ich weiß nicht, ob du dir mein Video über das Lernen angeschaut hast. Es geht darum, wie du in 24 Stunden alles lernen kannst, zum Beispiel auch eine Fremdsprache. Ich möchte jetzt nicht alles aus diesem Video wiederholen. Darum empfehle ich dir, schau dir dieses Video an. Wenn du zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten an einer Sprache lernst, sind das in der Woche weniger als zwei Stunden. Du könntest also zwölf Wochen lang jeden Tag 15 Minuten lernen und hast diese 24 magischen Stunden noch nicht überschritten. Die 24 magischen Stunden, in denen ich behaupte, jetzt kannst du es. Und in zwölf Wochen aller 15 Minuten lernst du so viel, dass du anschließend in das Land fahren kannst und dich sehr gut verständigen kannst. Warum ist es so gut, in dem Land zu lernen? Natürlich, weil du deine Antennchen dann sehr stark auf die neue Sprache ausgerichtet hast. 24, 7. Weil dein Unterbewusstsein dann unfassbare Arbeit erledigt. Eine Arbeit, von der wir gar nicht bewusst sind, was unser Unterbewusstsein alles leisten kann. Wenn wir verstehen, wie wir lernen, verschaffen wir uns einen sogenannten unfair advantage. Wir haben einen unfairen Vorteil. Denn in einem Zeitalter der Veränderung ist nichts wichtiger, als schnell lernen zu können. Vielleicht schaust du dir das Video über das Lernen an, um die Grundzüge zu verstehen und dann beantworte dir vielleicht diese Frage. Warum willst du eine Sprache lernen? Schreib dir die Gründe auf. Also welche Sprache und warum. Und dann notier dir, was du dafür lernen musst. Das ist beim Sprachelernen gar nicht so unwichtig. Also sag nicht einfach, ich will Englisch lernen, sondern willst du verhandeln können? Willst du schreiben können? Willst du übersetzen können? Oder willst du nur flirten können? Für jedes brauchst du eine ganz andere Herangehensweise. Lege also fest, was du innerhalb der Sprache wirklich lernen möchtest. Und dann lege dir drittens deine Methode fest. Wie viele Minuten am Tag willst du lernen? Was willst du in dieser Zeit tun? Willst du zum Beispiel deine Lieblingsserie schauen? Willst du dafür eine Blogzeit machen? Welches Ziel setzt du dir? Letzter Tipp. Wenn du noch weitere Anregungen finden willst, dann google einfach Polyglotte und schau einmal, welche Tricks, welche Methoden sie nutzen, um Neugelerntes effektiver in ihr Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Übrigens ist eine Sprache lernen, egal in welchem Alter, eine wunderbare Versicherung dagegen, Alzheimer zu bekommen. Zumindest senkst du die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu bekommen, dadurch erheblich. Dasselbe gilt, wenn du etwas lernst, wie ein Musikinstrument zu spielen. Du hast also immer einen primären Nutzen, aber auch noch einen sekundären. Wenn ich nicht Englisch gelernt hätte, hätte ich meine Karriere so niemals machen können. Ich hätte meinen zweiten Coach nicht gehabt, mit dem habe ich nur auf Englisch geredet. Ich hätte unfassbar wichtige Trainings, Coachings, Seminare, Gespräche nicht führen können. Was ich damit sagen will, eine Sprache zu lernen kann unfassbar wichtig sein. Du merkst es aber eigentlich erst, wenn du die Sprache kannst, weil du vorher gar nicht weißt, was dir alles entgeht. Wenn ich nicht Spanisch könnte, könnte ich nicht mit meinen beiden Enkelkindern sprechen, die in Mexiko leben. Also auch Spanisch für mich ein unfassbarer Gewinn. Dazu kommt noch was. Wenn ich Englisch spreche, werde ich zu einer anderen Person. Und noch stärker verändere ich mich, wenn ich Spanisch spreche. Ich glaube, dass du in deinem Leben kaum etwas so Erfüllendes tun kannst, wie eine Fremdsprache zu lernen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter. Abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.